Ich habe 1993 einen Dokumentarfilm und 1998 eine umfassende Studie über die Schweiz als Drehscheibe für gestohlene Kunst gemacht. Diese Kunstwerke wurden vorwiegend in Paris von jüdischen Kunstsammlern und Kunsthändlern gestohlen, kamen dann teilweise über die Sammlung von Hermann Göring in die Schweiz, vorwiegend zum Kunsthändler und Auktionator Theodor Fischer. Fischers bester Kunde war Emil Georg Bührle. Bührle kaufte insgesamt 13 Raubkunstwerke, von denen er später neun behalten konnte, nachdem das Bundesgericht ihn dazu verpflichtet hatte, in den sogenannten Raubkunstprozessen von 1948 und 1949 diese an die ursprünglichen Eigentümer zurückzugeben. Bemerkenswert ist, mit welcher Nonchalance nicht nur die Schweizer Kunsthändler, sondern vor allem auch Emil Georg Bührle sich diese Raubkunst angeeignet haben. Bührle hatte gute Kontakte zu Frankreich. Er musste eigentlich wissen, was da vor sich ging. Und trotzdem hat er keine Fragen gestellt, so wie das alle anderen Schweizer Kunsthändler, die Raubkunst gekauft haben, eben auch nicht getan haben. Das zeigte sich auch zum Beispiel in einer Bemerkung, die er gegenüber Marianne Feilchenfeld machte, der Ehefrau des Kunsthändlers Walter Feilchenfeld, der für Bührle einer der wichtigsten Händler war, indem er sagte, wenn er diese Werke zurückgeben müsse, dann sei das halt so, dann würde er diese einfach ein zweites Mal kaufen. Und das tat er dann auch. Die Nonchalance oder Unbekümmertheit oder das mangelnde Schuldbewusstsein zeigte sich auch, als nach dem Krieg Paul Rosenberg, einer der bestohlenen Kunsthändler aus Paris, der nach Neujag flüchten konnte, zu Bührle kam und die gestohlenen Werke zurückverlangte. Bührle weigerte sich und sah überhaupt keine Veranlassung, diese zurückzugeben. Erst nachdem dann die sogenannte Raubgutkammer des Bundesgerichtes in dem Prozess 1948-49 entschieden hatte, dass die Käufer von Raubkunst, das waren insgesamt gut 70, diese Werke zurückgeben mussten, kaufte Bührle sie ein zweites Mal zurück. Insgesamt neun von 13 ursprünglich gestohlenen. Und diese neun Werke, die machen einen zentralen Teil der Sammlung Bührle aus, die jetzt im Kunsthaus Zürich zu sehen ist. Man muss auch sagen, dass die Schweizer Behörden keine Sensibilität zeigten gegenüber den bestohlenen jüdischen Sammlern und Händlern. Diese Raubgutkammer mit einem erleichterten Zugang zu den Rückgaben zu den Restitutionen, die blieb nur zwei Jahre in Kraft. Später mussten dann die Bestohlenen auf dem normalen zivilrechtlichen Weg ihre Werke zurückverlangen. Man kann sich vorstellen, wie mühsam das war, wenn jemand in den USA oder Israel lebte und zudem noch traumatisiert war. Das war mit ein Grund, dass das Thema Raubkunst während Jahren und Jahrzehnten eigentlich von der Bildfläche verschwand und erst mit der Eröffnung des Kunsthauses Zürich wieder eine Hochkonjunktur erlebte. Emil Georg Bührle hatte zweifellos eine Nähe zum Regime. Sonst hätte er nicht für mehrere hundert Millionen Franken Kriegsmaterial und Munition exportieren können. Aber es gibt keinen Nachweis, dass er sich z.B. antisemitisch geäußert hätte, oder z.B. die Eroberungsfeldzüge der Deutschen begrüßt hätte. Da war er schlau genug, sich zurückzuhalten. Schließlich war er ja auch Schweizer und das hätte sich nicht sehr gut gemacht, wenn er sich da nazifreundlich exponiert hätte. Allerdings hat er zu einzelnen Exponenten Kontakt, z.B. zu einem gewissen Oberst Rudolf in Paris. Über diesen Oberst Rudolf muss er zweifellos gewusst haben, was für Vorgänge sich auf dem Kunstmarkt in Paris abspielten. Bührles Vertreter bei der obersten Heeresleitung war Rudolf Ruschewey. Er stellte die entsprechenden Kontakte her. Er hatte auch exzellente Kontakte und für seine Verdienste im Bereich Lobbying erhielt von Bührle während des Krieges insgesamt zwölf Millionen Franken. Seien das Bestechungsgelder oder Provisionen, das ist nicht ganz klar auszumachen. Aber über Ruschewey war er sehr eng verknüpft mit der obersten Heeresleitung. Offenbar hatte es Bührle nicht nötig, sich selber zu exponieren. Er hatte genügend Kontaktpersonen, die für ihn die Geschäfte einfädelten und konnte sich da gewissermaßen als neutraler Schweizer gerieren. Wie war Georg Bührle mit den wirtschaftlichen und kulturellen Eliten? Er hatte, wenn man so will, einen privilegierten Zugang zum Bundeshaus, zu Chefbeamten, vor allem im Militärdepartement. Er war sich auch bewusst, wie wichtig für die schweizerische Verteidigung seine Rüstungsgüter waren. Entsprechend forsch, um nicht zu sagen arrogant, trat er jeweils auf, wenn es um seine Interessen ging. So drohte er zum Beispiel in den 30er Jahren, als er bereits Schweizer Bürger war, mit dem Wegzug seiner Fabriken aus dem Kanton Zürich, wenn ihm nicht das Status eines pauschalbesteuerten gewährt würde. Das war allerdings nur für Ausländer zulässig, aber nichtsdestotrotz versuchte er es. Er hat immer auch versucht, Steuern zu sparen oder zu optimieren. So klafften zum Beispiel die Beträge, die er selber deklarierte beim Einkommen und Vermögen seiner Firma, die er hundertprozentig in seinem Privatbesitz war, und den Einschätzungen des Steueramtes in der Regel um Dutzende, um hunderte Millionen auseinander. Das zeigt auch, dass er nicht unbedingt ein vorbildlicher Schweizer war, der es mit den Steuernzahlen sehr genau und ernst nahm. Auf der anderen Seite hatte er offenbar trotz seines bedeutenden Status als Wirtschaftspersönlichkeit auch das Bedürfnis sich noch mehr, vor allem kulturell zu erhöhen, mit Zuwendungen, zum Beispiel Stiftungen wie der Goethe-Stiftung oder die Luzerner Musikfestwochen, die er auch finanzierte, verschiedene Preise, er wollte den Neubau eines Schauspielhauses finanzieren, und er hat den Annexbau des Kunsthauses Zürich finanziert mit insgesamt sechs Millionen Franken. Und das verschafft ihm natürlich bei den kulturellen Eliten der Stadt Zürich einen besonderen Status, auch wenn er vielleicht aufgrund seiner doch eher arroganten Persönlichkeit nicht unbedingt nur beliebt war. Bei seinen kulturellen Zuwendungen ging es Bührle nicht nur um selbstloses Mäzenatentum, sondern er wollte immer auch seinen Stempel aufdrücken. So kümmerte er sich beim Erweiterungsbau des Kunsthauses, der 1958 eingeweiht wurde, um jedes Detail und geriet damit auch oft in Konflikt mit den ausführenden Architekten. Was ist die Studie zur Drehscheibe Schweiz? Ich musste meine Studie zur Drehscheibe Schweiz in sehr kurzer Zeit ausfertigen. Das bedeutete, dass ich einerseits zu wenig Zeit hatte, aber auch zu wenige Ressourcen. Der Umfang des Materials in in- und ausländischen Archiven war enorm und ich konnte nicht das ganze Material in der Gönschen Tiefe bearbeiten. Ich habe häufig auch Fälle und Spuren entdeckt, die mangels Akten nicht weiter zu verfolgen waren. Die Fäden rissen gewissermaßen ab und das war auch unbefriedigend, weil es sich sehr häufig um Schicksale handelte, die leider nicht weiter aufgeklärt werden konnten. Ich konnte mich auch zu wenig auf Vorarbeiten abstützen. Ich musste gewissermaßen ein unbeschriebenes Blatt Papier mit meiner Studie füllen. Letztlich war es auch so, dass das biografische Umfeld von Opfern dieser Raubzüge nicht genügend abgeklärt werden konnte. Sie tauchten meistens nur als Namen auf. Aber das Schicksal und die Begleitumstände ihrer Flucht oder ihres Exils mussten unbeantwortet bleiben. Das ist sicher Stoff für weitere Recherchen. Was ist Bührle? Es ist bekannt, dass Bührle nach dem Ersten Weltkrieg Mitglied eines Freikors war. Aber wo dieses Freikorps stationiert war, wo es in Einsatz war, welche Taten oder Untaten es verübte, das ist nicht bekannt. Denn da wäre es sicher wünschenswert, wenn da mehr Forschung noch betrieben wäre, um eben auch diese frühere Zeit von Bührle zu recherchieren. Dann wären Bührles Kontakte zu deutschen Kreisen während und nach dem Krieg sicher noch ein Themenkomplex, der auch noch unterbeleuchtet ist. Es ist bis jetzt nicht bekannt, wie eng Bührles Kontakte zu deutschen Armeestellen waren. Er hatte ja seine Vertreter dort, aber möglicherweise waren seine Kontakte doch enger, als es bis jetzt bekannt ist. Dann die Kunsttransaktionen der Sammlung Bührle, die jüdische Vorbesitzer hatten oder die durch jüdische Hände gingen, müssen auch noch genauer abgeklärt werden. Es handelt sich um nicht weniger als schätzungsweise 90 Werke, die zwar gemäss Providenzforschung von Lukas Glor von der Stiftung Sammlung Bührle alle unproblematisch sind, aber trotzdem noch sehr viele Fragen offen lassen, zum Beispiel das ganze historische Umfeld, unter welchen Umständen diese Transaktionen stattgefunden haben, was war das Schicksal der Vorbesitzer und so weiter. Also da ist noch sehr viel Forschungsbedarf. Und letztlich auch die Frage der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die für Bührles Fabriken in Deutschland, aber auch in der Schweiz arbeiteten. Da gibt es einige wenige Hinweise und Arbeiten, aber da ist noch längst nicht alles so recherchiert, wie es eigentlich nötig ist. Meine Damen und Herren, jetzt hinten sehen wir uns jetzt noch relativ früh zu schauen. Untertitelung des ZDF, 2020